Anfang Januar 2023 zieht Schauspielerin Jana Palaske ins Dschungelcamp ein und zeigt sich dort von ihrer esoterischen und naturverbundenen Seite. Bereits vor ihrem Antritt kündigt sie an, dass sie im Laufe der Show über ein Ereignis sprechen möchte, das sie sehr stark geprägt hat. Im australischen Dschungel hat sie zwar keinen Zugriff auf ihr Smartphone, dennoch möchte sie genau zu diesem Zeitpunkt ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit teilen. Deshalb veröffentlicht ihre Begleitperson nun einen Post auf Instagram, der vermutlich von ihr vorgefertigt wurde. Dort ist die 43-Jährige mit geschwollener Lippe, fiesen Schnittwunden und heftigen Schwellungen im Gesicht zu sehen. Hintergrund, Jana Palaske wurde laut eigenen Aussagen 2022 überfallen und fast vergewaltigt. Zitat, Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet, versuchte mich zu vergewaltigen. Das und wie ich überlebte und ihn in die Flucht schlagen konnte, war ein Wunder. Es sei ein Moment gewesen, in dem sie die Urkraft, wirklich so komplett durch mich durchfließen und durch mich agieren spürte. So die Schauspielerin. Sie hat das Ganze als einen, Zitat, Test betrachtet, den ich bestehen durfte, um in ein neues Kapitel meines Lebens zu treten. Dieses Ereignis hat sie letztendlich dazu bewegt, sich Jana Urkraft zu nennen. Zitat, Denn wenn eine Frau einmal so um ihr Leben gekämpft hat, ist sie nicht mehr dieselbe, Zitatende. Der schreckliche Vorfall habe sie zudem dazu inspiriert, ihre Überlebenshymne, das Lied Wunder, fertigzustellen. Es ist eine starke Botschaft, die Jana Palaske nun verbreitet, Zitat, Ich möchte die Wunde Air Foundation gründen, um Opfer von Gewaltübergriffen zu supporten, Zitatende, erklärt die 43-Jährige. Denn, Zitat, mit einem Air wird aus einer Wunde ein Wunder, Zitatende.